Man macht einen 86er-Player-Pick und kriegt zur Auswahl Neymar oder Mbappé, Bruder. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, Alter. Ja, hat er die auch schon mal so ein Glück gehabt? Ich will auch so ein Glück haben, Alter. Das ist doch Wahnsinn. Ich würde safe Mbappé nehmen, klar. Aber trotzdem, Alter, was ist das für eine Auswahl? Bitte.